Der Ursprung hat derzeit Probleme, die feindlichen Truppen im Blick zu behalten. Er hätte gern, dass einer der sieben einen Lauschangriff startet und ich sagte, klar, überlass das meinem neuen besten Freund. Also Schleifengänger, heute darfst du den imaginierten Orden abhören. Ich kann sie laut und deutlich hören. Unterhaltung des Entspannungsgleichs. Die Hände und die Spannung des Töbel. Oh, die reden übers Mittagessen. Niemanden interessiert euer frittierter Stinkfisch. Sagt was Nützliches. Jetzt können wir alles hören, was der imaginierte Orden bespricht. Truppenbewegungen, Waffentransporte. Vielleicht liest jemand ein Horoskop. Oder vielleicht erzählen sie, wo sie ihre geheimen Aufzeichnungen verstecken. Untertitelung des ZDF für funk, 2017